Ich nenne fast Rekordteile bei der Race of Champions. Nicht wesentlich jünger Michael Schumacher. Weißes Auto. Hier eben in den letzten Jahren. Viermal gewählt, sagt Sebastian Vettler. Der Champion im Race of Champions. Und zwar im Nations Cup. Und jetzt geht's los zwischen den Leuten. Danach geht's jetzt auf die Ü30. Mit Vettler und Spitzle. Kollegen aus Fennlund. Ja, das ist jetzt die Ü30-Papo, könnte man sagen. Und sogar auf die Party, die wir gestern gesehen haben. Und dann kommt die Ü30-Papo. Und dann kommt die Ü20-Papo. Er hat eine Durchgabe. Es ist gleich auf keinen großen Trimmer bisher gesehen. Mit Genietraum. Der größte Fehler bei Schumacher ist da ein Blick anbelangt. Gut. Ganz ordentlich, ganz ordentlich. Dann Straßenverkehrsordnung. Kassenzertreinstellung aus der Ecke raus. Für Schumacher. In der größten Raum von 1,2 Wagen liegen. Es rechnet sich nur auf 6 Zehntelzeichen. Das ist auch in der Linie. Für den gebürtigen Neunländer. Ja, Tom Cressen sah gerade auf dem Baustbestommigen. Da ist die Zwischenzeit genannt worden. Auch die Außenrohrger ist durchgerührt. Wenn der Vortraum heute durchsinnert. Oder es ist auch noch keine einzige Strahlung von dem Hochlande gegeben. Das sah gut aus. Das hörte sich auch gut an. Aber das hat folgendes Problem in sich gefunden. Und dann viel, viel später aus dem Platz gehen. Man muss da mal sagen. Was er eigentlich gemacht hat. Das war der Klang. Schumacher. Denz. Den ersten durchgehalten. Mann Mann. Mann Mann. Der hat sich in den letzten Jahren. E.V. Buss. Der hat damit ihren Sender für den Job auch über alle Jahre gemacht. Also. Eindeutige Angelegenheit. Viel deutlicher geht das nicht. Es war fast schon zu erwarten. Oft ist es ja im Stroh zu gewinnen. Am Ende dieses Finale ist. Manchmal sind die Halbfinale-Fahrungen spannender. Und gehen enger aus als Finale. Also Schumi diesmal jetzt also gewonnen. Und damit ist auf dem Silbertablett die Chance für Vettel jetzt...